Was gibt's Neues in NRW? Wie ist die aktuelle Stimmungslage im Hinblick auf die Landtagswahl? Das wollen wir uns in diesem Video einmal genauer anschauen. Und der Stand der Umfragewerte ist der Donnerstag, der 16. März 2017, zum Zeitpunkt 9 Uhr. Und schauen wir uns doch mal die neuesten Umfragen an, und zwar alle Umfragen aus dem Jahre 2017. Und da sehen wir, gerade wenn wir auf die SPD und auf die Grünen blicken, da sie ja so schön nebeneinander stehen, dass es doch einen großen Effekt gibt seit Februar. Und zwar mit der Nominierung bzw. Designierung von Martin Schulz hat sich da etwas getan. Und zwar die SPD, die davon profitiert hat seitdem und angestiegen ist von vorher 31, 32 Prozent, jetzt auf bis zu 40 Prozent, wie wir das bei Forza sehen. Und dagegen die Grünen, die gefallen sind von 10, 11 Prozent auf einen einstelligen Wert, mit 7 Prozent und bei Forza zuletzt sogar 6 Prozent. Also es könnte sogar vielleicht noch eng werden für die Grünen. Ansonsten sehen wir aber auch, die CDU hat nachgelassen. Bei dieser Umfrage von YouGov, ich kann es ja auch gerade zeigen, diese Umfrage von YouGov lagen SPD und CDU noch gleich auf. Auch hier bei Emnet betrug der Abstand nur 2 Prozent. Und wenn wir jetzt auf die neuesten Umfragen blicken, dann ist die Differenz zwischen SPD und CDU doch sehr groß mittlerweile. 11 Prozent bei Insa und sogar 14 Prozent bei Forza. Also man kann festhalten, dieser Schulzeffekt, der hatte jetzt auch Konsequenzen auf Landesebene. Wer das Video vom vergangenen Dienstag, also vom Dienstag dieser Woche gesehen hat, zur Landtagswahl im Saarland, der hat da auch schon gesehen, dass die SPD durchaus profitiert auf Landesebene von der Designierung von Martin Schulz. Und wir sehen, hier in Nordrhein-Westfalen ist das auch der Fall. Und auch was die Beliebtheitswerte angeht, ist es so, dass Hannelore Kraft deutlich vor Armin Laschet liegt von der CDU. Das ist ja der Spitzenkandidat der CDU. Also insofern zwei Faktoren, die zurzeit für die SPD sprechen. Nun, schauen wir uns aber mal an, wie sieht es jetzt aus koalitionstechnisch? Was ist möglich? Zurzeit regiert ja noch Rot-Grün. Und die Frage ist ja, ist das auch weiterhin der Fall? Und da schauen wir uns jetzt an. Ich will nur sagen, für die Berechnung jetzt habe ich die letzten vier Umfragen genommen. Also nicht jene aus dem Januar, weil ich dann doch denke, dass der Unterschied und der Effekt hier durch diese Designierung von Martin Schulz zu groß ist. Um jetzt auch diese beiden Umfragen noch in Betracht zu ziehen. Man sieht ja auch, seitdem sind die Werte ganz schön stark gestiegen für die SPD. Gut. Die Schnittwerte sehen also wie folgt aus. Die Linkspartei 5,0%. Die SPD 37,8%. Die Grünen 6,8%. Die FDP 9,0%. Die CDU 28,8%. Und die AfD kommt auf 9,3%. Und darunter seht ihr jetzt hier noch ergänzend eine Zeile. Und diese Zeile gibt euch die Werte an, die beim letzten Video zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen angegeben worden sind. Und das war, wenn ich mich richtig erinnere, der Stand von Ende 2016. Das heißt, ihr könnt hier auch nochmal verfolgen, wer hat jetzt eigentlich profitiert, wer hat nachgelassen. Und dann sieht man im Grunde die SPD plus 5,5% und die Grünen minus 4,2% Punkte. Also hier ist im Grunde eine ganz gute Wanderung zu erkennen. Und ansonsten sind die Verluste für alle anderen in einem überschaubaren Rahmen. Die FDP hat sogar einen Prozentpunkt noch dazu gewonnen. Die CDU gibt leicht nach im Vergleich zu also Anfang 2017. Und die AfD hat dann auch noch 1,7% eingebüßt. So, schauen wir uns das mal an. Stand jetzt würde es ja ein Sechs-Parteien-Parlament geben. Wobei natürlich die Linkspartei mit genau 5,0% Punkten wirklich spitz auf Knopf in diesen Landtag kommen würde. Also das kann auch im Grunde für die Linkspartei noch schief gehen. Gehen wir aber zunächst einmal davon aus, dass alle sechs Parteien hier in den Landtag einziehen werden. Dann gibt es verschiedene Koalitionsmöglichkeiten, die sich dann auftun. Aber, um das schon mal vorneweg zu sagen, die bisherige Regierungskoalition bestehend aus SPD und Grünen wäre dann also damit abgelöst, wenn wir den Schnittwerten folgen. Allerdings, auch da muss man sagen, das könnte unter Umständen sogar auch noch knapp für Rot-Grün reichen. Ihr habt ja eben gesehen, ich kann ja noch mal kurz zurückgehen nach hierhin, diese Forsa-Umfrage, wenn wir da SPD und Grüne zusammennehmen, sind da 46%. Und bei der Linkspartei weiß man ja nicht, ob sie einziehen werden, also kann man auch mal zusammenrechnen, was ist eigentlich gegen Rot-Grün dann noch da. Und da sieht man, das sind 44%. Da hätte Rot-Grün also bei einem Ausschluss der Linkspartei sogar eine Mehrheit noch. Aber unsere Schnittwerte sagen momentan etwas anderes. Und insofern, das könnte also eine enge Kiste werden. Stand jetzt wäre aber Rot-Grün abgelöst. Und demzufolge gibt es nur ein realistisches Zwei-Parteien-Bündnis mit einer Mehrheit. Beziehungsweise es gibt überhaupt nur ein einziges Zwei-Parteien-Bündnis mit einer Mehrheit. Und das ist die Große Koalition mit Hannelore Kraft als Ministerpräsidentin. Zusammen käme man auf 66,6% der Stimmen und hätte damit sogar etwas mehr als zwei Drittel aller Sitze inne. Und ansonsten müsste man sich auf ein Dreierbündnis arrangieren, wobei ich gleich hier zur Ampel noch etwas sagen müsste oder möchte. Also es gäbe da drei realistische Koalitionen, und zwar Rot-Rot-Grün. Das wäre momentan eine Koalition mit, also von diesen Dreier-Koalitionen, die gehen diejenige mit der knappsten Mehrheit. Dann gibt es die Ampel mit 53,6% und eine Koalition, die unwahrscheinlich ist, nämlich SPD, Grüne und CDU mit 73,4 Prozentpunkten. Und das ist deswegen unwahrscheinlich, weil der SPD und CDU schon eine eigene Mehrheit haben. Also wieso sollten sie irgendwie noch einen dritten Koalitionspartner hinzuholen? Nun muss man sagen, diese Ampel-Koalition kann man im Grunde ausklammern oder einklammern, wie man es möchte, denn die FDP hat in Nordrhein-Westfalen klar festgelegt, in keine Koalition mit den Grünen zu gehen. Also kann man diese Koalition die Ampel streichen, genauso wie eine sogenannte Jamaika-Koalition, wie hier unten, die momentan 44,6% Zustimmung hätte. Ansonsten auch ein Blick auf die AfD. Da ist es ja so wie auf Bundesebene, die AfD möchte mit keiner anderen Partei koalieren und keiner der anderen Parteien möchte mit der AfD koalieren, aber es gibt auch keine Möglichkeit für die AfD, selbst in einem Bündnis, sagen wir mit der CDU oder der FDP, eine Mehrheit zu erreichen. So, jetzt hatte ich aber schon gesagt, dass die Linke einzieht, das könnte eine knappe Kiste werden, das kann auch knapp nicht reichen. Also gehen wir einmal davon aus, die Linkspartei schafft es nicht in den Landtag, weil sie zum Beispiel nur 4,9% der Stimmen hätte. Es ist ja erstmal egal, wir gehen also mal davon aus, es reicht dann am Ende nicht. Und demzufolge hätten wir nur fünf Parteien im neuen Landtag vertreten. Und dann sähe es wie folgt aus, die SPD und die CDU, die Ampelkoalition und die SPD plus CDU plus Grünen-Koalition hätte natürlich auch weiterhin eine Mehrheit, ist ja klar. Und jetzt käme noch eine weitere Möglichkeit hinzu, nämlich die Koalition bestehend aus SPD und FDP, eine sogenannte sozialliberale Koalition, die hätte tatsächlich auch eine Mehrheit und das wäre natürlich eine Alternative für die SPD, nämlich eine Alternative von der Großen Koalition, die sie im Grunde ja auch nicht unbedingt anstrebt. Insofern wäre das also eine Überlegung für die SPD, also eine sozialliberale Koalition einzugehen, denn, das ist auch klar, alle anderen Koalitionen würden dann sowieso nicht so wirklich funktionieren. Die Ampel, wie gesagt, das will die FDP nicht und dieses Dreierbündnis mit CDU und Grünen, das würde man dann auch nicht eingehen, weil es ja dann noch die Große Koalition geben würde. Also entweder sozialliberal oder Große Koalition und zu guter Letzt kann es theoretisch auch noch sein, dass die Grünen es nicht schaffen würden. Stand jetzt hätten die Grünen mit 6,8% noch einen guten Vorsprung vor der 5%-Hürde, aber wir haben gesehen, die Umfragewerte sind eingebrochen, bei Forsa zuletzt waren es nur 6%, also es könnte durchaus passieren, dass auch die Grünen noch den Einzug nicht schaffen werden. Tendenziell würde ich sagen, ist es eher unwahrscheinlich, aber für diesen Fall gäbe es dann also nur sehr wenige Koalitionsmöglichkeiten und die sozialliberale Koalition oder auch die Große Koalition hätten da, wie eben schon gesehen, eine Mehrheit. Das heißt, Stand jetzt ist es realistisch von dieser hier oder von jener Konstellation hier auszugehen. Rein von den Schnittwerten her sieht es momentan nach einem Sechsparteienparlament aus, aber bei der Linkspartei sind es genau 5,0%. Also da kann es dann auch ganz schnell noch so aussehen und prinzipiell würde ich sogar sagen, ist vielleicht diese Variante hier noch etwas realistischer als jene hier. Das ist dann auch so tendenziell, dass am Wahltag es dann auch so ist, dass die Kurzentschlossenen eher nochmal den Amtsinhaber unterstützen, wenn er beliebt ist. Und in diesem Fall ist Hannelore Kraft deutlich beliebter als Armin Laschet. Also eine dieser beiden Konstellationen wird es am Ende werden. Aber was wir auf jeden Fall momentan ganz klar sagen können, eine Koalition fernab der SPD ist momentan irrealistisch und demzufolge dürfte Hannelore Kraft in ihrem Amt bestätigt werden und möglicherweise wird die SPD sogar noch Gewinne einfahren. Aber bis zur Landtagswahl ist noch ein bisschen hin und da kann sich noch ein bisschen was tun. Aber Stand jetzt, Hannelore Kraft wird auch weiterhin in NRW regieren.